Hallo, ich begrüße euch heute mal zu einem kleinen Informationsvideo, denn ich hab, ähm, ja, im Hintergrund läuft jetzt so ein kleines Video ein, so ein bisschen, ähm, was wir hier gebaut haben, und zwar bauen wir nämlich eine Adventure Map. Ähm, die wird nicht wie nur dort zu sehen aus Jump'n'Run bestehen, so viel kann ich euch schon mal sagen. Und, ähm, was mich freuen würde, wenn ihr einfach vielleicht ein paar Ideen äußert, sie sollten ein bisschen im Mittelalter, äh, Stil sein, und es wird auf jeden Fall nicht alles sehr einfach werden, das sieht man ja allein hier hinten schon, wie, ähm, wie selten man es wirklich schafft, da hochzukommen. Mit der richtigen Technik und ohne Fraps schafft man es natürlich leicht, aber, ähm, es ist einfach so ein bisschen jetzt überlegt, ähm, was man machen könnte, und, ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr ein paar Informationen, ähm, also nicht Informationen, sondern, ähm, ein paar, äh, Ideen hättet, wie wir jetzt zum Beispiel die Welt neu machen könnten. Ich werde auch, ähm, mal ein kurzes Video hochladen, ähm, wo man sehen wird, dass, ähm, die Map aus weit mehr besteht, als aus diesem kleinen Jump'n'Run hier, wo man auf den Button drückt und sich Pisten aus der Wand fahren. Wir werden auch nicht sehen, wo das ist, so viel steht fest, das müsst ihr alles selber rausfinden. Ja, ähm, wobei stehen die? Ah ja, genau, bei der Map. Ähm, die Map wird dann später komplett zum Download geben, wir werden sie als eine Art RPG-Map gestalten. Das heißt, ähm, also ein Roleplay, ähm, Adventure, wo ihr Kisten finden könnt, und wir werden es komplett auf der Minecraft Pre-Release machen, und dann später auf der Minecraft 1.3, damit ihr, ähm, dann schon die neuen Features nutzen könnt, wie zum Beispiel das Handeln mit den NPCs, dass die NPCs schon abgestimmt sind, bestimmte Handelsformen haben, den Stolperdraht werden wir einbauen, und... Ja, die Ender-Chests halt. Wir haben uns halt ein bisschen was überlegt, und, ähm, das werden wir so gut es geht umsetzen, und es wäre halt schön, wenn ihr noch Ideen habt, so mittelalterliche Gebäude, was man vielleicht noch einbringen könnte. Was, äh, also eine Stadt haben wir schon geplant, und vielleicht fallen euch ja ein paar Gebäude ein, aber vielleicht habt ihr ja ein schönes Gebäude gesehen, und sagt, Mensch, das ist toll. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, ja, ich hoffe einfach mal, ihr habt, äh, Spaß dann an der Map, und ich hoffe, ich kriege ein paar Ideen zusammen, weil... An Ideen hapert es uns nicht, aber, ähm, an der Umsetzung vor allem. Also, es wäre schön, wenn ihr eure Ideen auch vielleicht mit einem Beispiel belegt. Dass ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, wir machen, äh, wir sollen einen Turm bauen, dass ihr dann ein Bild von dem Turm oder einen Link einfach nur irgendwas vielleicht noch in die Beschreibung tut. Oder genau beschreibt, wie er aussehen soll. Weil, ähm, sonst, ja, wenn da nur steht, ja, baut einen Turm. Einen Turm haben wir schon gebaut, wir haben sogar schon zwei Türme gebaut. Deswegen, ähm, ja, man hat ja jetzt ja einen Hintergrund gesehen, jetzt wurde es geschafft, und, ähm... Ja, deswegen beende ich jetzt auch die Aufnahme, und sage einfach mal Tschüss, ich hoffe, ihr habt, ähm, dann Spaß an der Adventure Map, und ich kriege noch ein paar Ideen zusammen. Bis dahin, Tschööööööööööööh. Bis zum nächsten Mal.